Und da sind wir wieder zurück. Immer noch mal schreien. Machen wir mal eine leertasse. Nachdem wir den Autonnetz gefunden haben. Ja. S wieder. Der hat auch einen geilen Namen. Wenn man die Kürzel nimmt. S. Der ist das selber. Mit I. Also doch so. S. Mit V oder F. Mit V. Mit einem Stein. S. 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 Ohne Mitteldecks. Ihr Name kann doch nicht zusammengeschrieben werden. Ich weiß nicht, was der von mir will. Hast du von ihm falsch geschrieben? Ich frag, Shell ist richtig geschrieben. Ja. Der hat gelacht, hast du es gesehen? Der hat wirklich gelacht. Aus oder an? Aus. Opa, lachst du mich aus? Silberstein. Wann musst du da jetzt erstmal nicht alles groß schreiben? Nein. Was ist denn Scheiß mit dieser Stastatur? Stastatur? Hier. Und Shell auch wenig mit einem Elf. Ja. Wie denn der Leiterste da zum Beispiel? Och Mann. Opa. Ich dachte, ich wäre das, die viele koreanische Filme guckt. Silverstein. So. Silverstein. Soll ich nicht Fred Feuchstein ist? Guck noch mal. Nein, der wird zugeschrieben. Wir machen mal ohne das Leerdings. Wenn es mal gerade reagieren würde. Es hat sich aufgehangen. Du musst die falsche Tasse aufpassen. Du musst doch nicht alles wegmachen. Ich muss mich hier verarschen. Alle miteinander. Schreib groß. Der ist mal wieder taub. Und der Opa. Ich glaube, er war mit einem Doppel beschrieben. Nein, war mit einem. Irgendwas richtig leicht nach Terpentin. Terpentin. Sylvie. Ich weiß nicht, was ich da gerade schreiben wollte. Ich weiß echt nicht, was ich da gerade schreiben wollte. Sylvie. Standen. Aber wenn du jetzt eine Letters machen möchtest, würde es passen. Inzwischen. Dann hältst du keine Tastel. Aber wer hat es noch gerade so gehabt? Ja, eigentlich schon. Probier es einfach. Scheiß drauf, probier es. Chelsea. Ich kotze hier bald. Chelsea. Ich kotze hier echt bald. Ich mache solche Spiele nie wieder. Ganz ehrlich. Ich könnte solche Spiele im Spiel mitschreiben. Jetzt Sylvie Bandschal. Och Mann, vor allem, ich vertue mich immer bei diesen Scheiß-Falltasten. Wir sind hier nicht in der Grundschule. Wehe, es passt jetzt nicht. Was willst du von uns? Such dir Hobbys. Er hat doch eins. Uns nerven. Green Book. Guck mit einem Elf. Schnell, so ein Stein. Aber. Should I kill you? Ach, ich glaube. Er wird nur das gleiche fragen. Wir haben das zusammen. Ach. Hier soll Space sein, oder? Ich habe keinen Plan. Probier mal. Ha! Du wirst mich ärgern. Er ist doch mal Silberstein. Ja, ich nehme wieder auf ihm gleich seinen Kopf. Ich habe Hunger. Ach. Er hat aber auch schon gemmich. Ach. Hm. Und solche Spiele regen mich auf. Da habe ich immer Hunger. Ich möchte jetzt den Facecam. Besser nicht. Opa! Dann ask ich ihn nochmal wegen diesem Book. Was green? And? My children, please find me the name of the book for me. Ich gucke sie jetzt erst mal. Probably the name of the book brauchen wir. Also doch den name of the book. Okay, ich kann die S haben. The given tree. Ja. Ist nicht mit S. Ich würde mich verarschen. Ich würde mich verarschen. The title of the book. Ich würde mich verarschen hier. Ich heule gleich. Und wir gucken. Junge. Nein, ihr müsst mit Ewa. The giving tree. Mit Leertaste oder wird es ohne? Was? Böse Gedanken. Mit deinem Opa? Ja. Aber ihm gegenüber böse. Nicht mir. Was dachtest du denn? Ich glaube, wir müssen deinen Arschtritt haben. Mit Schuh oder ohne. Oh. Das ist jetzt scharf. Stimmt. Willst du mich verarschen hier? Ich habe die Leertaste gelöscht. Du wiffst dein Handy gleich runter. Ach, das macht dem ja nix mehr. Nicht wirklich. So. Und wenn du das jetzt nicht annimmst. Und dafür dieses Spektakel. Ja. Du wirst ja fast eine ganze Folge lang. Ich hoffe, das Spiel wird nicht so lang. Sonst werden wir noch ewig brauchen. Das ist schon die fünfte oder sechste Aufnahme. Jetzt musst du erstmal wieder Verstecken spielen. Achte auf das Hühnchen. Aber man sah sie nicht. Ich weiß. Willst du mich ärgern hier? Dann achte auf das Hühnchen. Als allererstes das Hühnchen. Nein? Nein, kein Hühnchen. War ich die Weinflasche hier? Das ist diese Runde. Werde ich verlieren. Irgendwo muss sie ja sein. Oh. Teilen sie ab. Oh Mann. Ich bin noch einmal. Bitte mich her, mein Herr. Geh mal bis ganz zum Rand. Mal gucken, ob das funktioniert. Nein, nein, nein. Ich speichere gleich und mache aus. Wenn der mich nochmal suchen lässt. Nicht den. Das ist nicht Hannibal. Achso. Das ist Opa. Das ist Opa. Bunny Tyler? Bunny Tyler? Ne, Bunny Feger. Bunny Feger Opa. Für sie haben wir keinen Namen. Foxen heißt sie. Foxen, aber sie soll auch irgendeinen anderen Namen haben. Und das ist Hannibal. Warum? Weil er sich selber aufhängt oder wie? So aussieht. Nicht wirklich, aber egal. I'll be waiting. Der kratzt seinen Bauch. Soll er nichts anderes kratzt, ist alles gut. Ja. Wetten, du musst jetzt Bunny Tyler wieder? Von Bunny Feger wieder? Wahrscheinlich. Wieder von Anfang an. Meinst du? Aber nicht ganz von Anfang an. Ich kriege neue Aufgaben. Hallo Bunny Feger. Na. Hey. Happy here? Aren't you happy here? Ja. He's happy here. Happy here for a little while Opa. Nachdem man ihn zwischen den Bauch trifft. Okay, give me the seat here for you to get the crest to ride. If you don't, you need to give me one of the flower petals. Wir sind in deinem Zimmer. Ja. Was? Who's Adonis? Love. Adonis Love. Who's Adonis Love? Adonis of Love, Queen of the Underworld? Adonis, wir liebte der. Entweder Gollas of Love, oder? Ich glaube, of Love. Oder Underworld? Wrong. Ihr lächelt! Sie ist die Queen of Underworld. Okay, dann gibt's nur noch... Was hast du gerade geklickt? Underworld oder Love? Ich hab Underworld geklickt. Geht jetzt noch Love und weiß ich nicht mehr. Got a red seat. Du hast einen runden Samen. Das war's dann. Mhm. Ich muss jetzt... Sie ist runtergesprungen! Mein Gott! Sie ist runtergesprungen! Was? Da war's schon wieder. Oder? Oh mein Gott! Jo! Sie springt! Das ist sie! Ist das sie? Das ist sie! Da! Oh mein Gott! Das ist sie! Das ist sie! Ist sie denn irre? Wir müssen stoppen. Auf Wiedersehen!